Es steht da einfach rum. Das ist krass. Habe ich noch nicht bemerkt. Die ganze Zeit nicht. Ich will hier lang. Das ist das Problem. Hier. Es futtert einfach. Ich bin dem völlig egal. Ich finde das immer faszinierend. Das ist ein Erlebnis, finde ich. So ungestört. Das sind 30 Meter max. Jetzt ist der Kopf hoch. Jetzt sieht es mich. Guckt mich an. Macht aber nichts. Was? Einfach weiter futtern? Digga!